Frau Jochum, Sie haben als Projektleiterin der Ergo und Versicherungsbereich die größte Erfahrung. Was ist Local Branding für Sie? Also für uns ist der große Vorteil bei der Ergo oder bei der Victoria in der Vergangenheit gewesen, dass wir durch Local Branding die Gelegenheit haben, unsere lokale Marke vor Ort besser zu platzieren. Das heißt, wir haben ja eine nationale Warenkampagne bei der Victoria gehabt und diese wurde perfekt über dieses lokale Branding vor Ort zu jedem einzelnen Vermittler vor Ort getragen und der Vermittler vor Ort gibt unserer Marke sein Gesicht vor Ort. Und das ist die perfekte Win-Win-Situation, die perfekte Vernetzung für perfektes Marketing. Und wir entwickeln ja unsere Plattform für lokales Marketing immer, immer weiter und das ist auch der Vorteil, den die Makapo-Plattform bietet. Sie ist im Grunde nach oben unbegrenzt. Also das heißt, jede Möglichkeit, die uns einfällt, ist umsetzbar über diese Plattform. Für uns ist das perfekt und Inspiration so weiterzumachen, wie wir es im Moment machen.